So, ihr geilen Eierhälter, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Stunde Obscuritas. Der Hund braucht im linken Bereich auf jeden Fall ziemlich lange, das habe ich hier gerade eben beobachten können. Das heißt, wir haben dann zumindest für den Anfang erstmal ein bisschen Zeit, um uns die anderen Räumlichkeiten anzugucken. Er benötigt in beiden Bereichen relativ lang. Jetzt warten wir mal, bis er nach links geht, weil der sitzt dann da bestimmt mindestens 30 Sekunden oder sowas. Und die Zeit werde ich ausnutzen, schnell nach rechts zu hechten und zu schauen, was hier passiert und mich dann zwischendurch immer in diesen Schränken zu verschanzen. Ist ein bisschen, wie gesagt, sehr langatmig, sehr beobachtungslastig, sehr, ja, aufpassen, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen, zum Ende hin jetzt gerade zumindest, durch die Hunde wieder langatmig und in die Länge gezogen. Ist, wie gesagt, immer noch nicht meine Lieblings-Game-Design-Entscheidung mit diesen Hunden, dass man da sofort stirbt, keine Möglichkeit hat auszuweichen, keine Health-Systeme oder sowas oder wenigstens irgendwas zum Kämpfen. Sondern man ist immer instant tot und, ja, wie gesagt, also ich hätte eher gedacht, dass es ein rätsellastigeres Adventure wird, weil es so rätsellastig anfing. Hätte mir auch eher gefallen. Mit den Hunden bin ich aber nicht der Einzige, der die Entscheidung doof findet. Und von dem her denke ich mal, dass Fisk-Game sich sicherlich die Kritik mit den Hunden zu Herzen nimmt, entweder seltener einsetzt oder anders irgendwie umsetzt. Ist ja an sich, eigentlich ist es ja okay. Es erhöht ein bisschen die Spannung und die Nervenkitzel zum Ende hin vor allem, weil man ja dann immer aufpassen muss, dass der Hund kommt. Aber eben entweder Checkpoints besser setzen, dass man nach jedem, ich sag mal, Hebel, den man gezogen hat in den Räumen irgendwie einen speziellen Checkpoint kriegt, dass man den wenigstens nicht nochmal ziehen muss, nochmal und so weiter und so fort. Oder aber eben Hunde weg und mehr Rätsel dafür, ist das auch nett. Also wäre zumindest meine Idee. Oder anders umgesetzt. Bei einem Ninja gab es ja auch die Möglichkeit zu sterben durch die Zombies, das ist klar, aber die sind dann halt wenigstens irgendwann auch wieder verschwunden, wenn man sich lang genug versteckt hat, beziehungsweise hinter den Türen. So, jetzt kommt der Hund wieder. Und zack, los geht's. Gucken wir uns mal schnell um. Hier ist soweit nichts. Hier ist das Portal schon wieder, da dürfen wir also nicht hin. Ach, das ist der Keller, hier waren wir doch am Anfang des Spiels, jawollo. Das kennen wir ja alles. Genau, wir müssen das Portal irgendwie deaktivieren. Gut, der Hund kommt wahrscheinlich bald wieder. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier beeilen. Aha. Hier kann man doch irgendwie bestimmt rumwurschteln. Irgendwie... Ich lasse die Dinger erstmal auf, dass ich mich gleich dran verstecken kann. Der wird sicherlich gleich wiederkommen, der scheiß Köter. Alter, wie weit muss ich denn hier laufen? Das ist nicht richtig. Hä? Aber hier bin ich wenigstens sicher. Dieser Schaltschrank könnte mir weiterhelfen. Aber er scheint einen speziell geformten Schlüssel zu brauchen. Roffel. Scheiße. Ich geh erstmal hier rein. Und versteck mich. Denn ich weiß nicht, ob dieser scheiß Köter Sau vielleicht wiederkommt. Ah, Leute. Ich höre zumindest was. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Sicher gleich zu verschanzen. Ich muss also an diesen Schrank. Brauche dafür irgendeinen speziellen Schlüssel. Den ich vorher irgendwo sammle. Dann kann ich da irgendwas aufmachen. Alles klar. Ach, das wird wieder so ein schönes hin und her laufen und suchen. Ich freue mich drauf. Da ist er. Die Sau. Warten wir, bis er gleich wieder vorbei ist. Perfekt. Ey, der rennt wirklich durch jeden Gang einmal durch. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Macht natürlich wieder sehr viel Spaß. Klar. Vor allem zum Let's Playen ist es super spaßig, sich ständig nur verstecken zu müssen. Ich könnte das Ganze auch zusammenschneiden. Mache ich später, wenn ich das verkacken sollte. Für den ersten Anlauf versuche ich es immer direkt straight durch. So. Ich muss ja dann irgendwo in der Nähe irgendein Schlüsselteil liegen. Einen der Kisten vielleicht. Da ist irgendwas. Das sieht doch danach aus. Ja, perfekt. Ah, wunderbar, Leute. Ging ja doch flotter als gedacht, dass ich das Teil finde. Okay, das war Nummer 1. Nummer 1? Alles klärchen. Dann rennen wir mal schnell vor und gucken, ob wir uns hier den ist, die dann in irgendeinem Strang verstecken können. Erst da muss ich nämlich vorsichtig sein. Erst mal hier rein. Ach, Leute, ey. Ich kriege eh zu viel. Das ist ganz schön, ganz schön kacke. Wieviel brauche ich denn da wieder? Drei? Wie immer? Die heilige Dreifaltigkeit? Drei und sieben sind ja sowieso so eine Zahl, die in Spielen oft vorkommen. Vorhin auch sieben Schalter, ne? Sechs normale und einer zum Extraschieben. Und hier ist drei auch sehr oft im Mittelpunkt. Ich bin immer noch gespannt, wie das Spiel am Ende ausgeht. Ob das wieder mehr so klapsenartig ist, weil wir ja zwischendurch diese gummischen Flashbacks hatten aus der Klapse da irgendwie. Vor einigen Folgen. Und. Ich denke mal, das wird es irgendwie in so eine Richtung gehen, weil hier sehr viel so eine gummischen Abtrenndinger ausstehen. Also ich vermute mal, aber es ist alles irgendwo auch ein bisschen merkwürdig. Mit dem Onkel und dem Brief werden wir ja aber zum Schluss erfahren. Ach, Leute, ey. Ich schnippel kurz den Hund raus. So, er kommt wieder zurück. Warten wir noch kurz, bis er gleich da ist. Und dann laufen wir einfach wieder ganz gemütlich hinterher und schauen, ob wir dann irgendwo den Schlüssel hier vielleicht oder im nächsten Raum oder irgendwo sonst finden. Alles mega spaßig, Leute. So, gucken wir uns mal hier ganz gemütlich in Ruhe hinter ihm um. Aber ich schätze nicht zu sagen. Okay, gehen wir weiter. Da vorne ist er jetzt. Okay, das heißt, wir gehen mal hinterm Portal. Ne. Vor dem Portal lang. Wo könnten hier denn noch die weiteren Teile sein? Ist hier vielleicht auf dem Ding irgendwas drauf? Ne. Da irgendwo. Ich finde aber auch nichts. So. Fuck. Aber wo sind die Kästen? Ich finde auch keinen Kasten mehr. Hier ist so ein Stromteilbehälterding. Ich glaube, er kommt. Oder? Ich sehe hier gar nichts, ey. Da ist das dumme Portal. Ah, da ist ein Klöppelding. Perfekt. Ist da vorne irgend so ein Stromteil noch? Mal gucken wir uns erstmal hier in Ruhe um. Da drüben waren wir eben. Hier ist soweit auch nichts. Nö. Da ist hinten irgendwo so eine Stromdinger. Ich gehe mal wieder hier rein. Oh, das war knapp. Oh, fuck off, Alter. Das war ganz knapp, ey. Da gegenüber ist direkt einer. Der passt nicht? Na, alles klar. Dann hier hinten vielleicht irgendwo. Ist hier drin irgendwas? Ne. Ah, hier. Perfekt. Okay. Mal schauen, ob ich hier vielleicht irgendwo was anderes finden kann. Im Eingangsbereich. Die Tür ist verschlossen. Findet ihr den passenden Schlüssel? Was? Oh, die sind alle verschlossen. Ist das deren Ernst, Alter? Da ist so ein Ding. Perfekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ich kriege sie echt mit der Pumpe, Alter. Dieser scheiß Hund. Moment. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo der letzte Schlüsselkasten-Stromteil-Dings war. Äh. Oh Gott. Muss ich gleich mal in Ruhe gucken. Das ist ein bisschen scheiße, ist das hier. So, wir warten mal wieder auf den Hund. Wir sehen uns danach gleich. So, da ist die Töne. Ich höre sie hecheln zumindest. Jawohl, da ist er. So, schnell raus. Und zum nächsten Sicherungskasten. Der war... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwo hier mir gegenüber. Genau da ist er. Das war der letzte. Hoffen wir, dass es funktioniert hat. Ja, es funktioniert. Der Winter schließt sich wieder. Perfekt. Yes. Oh, Leute, ey. Wenigstens im nächsten Kapitel gelandet. Was eine Fickscheiße, ey. Boah, das ist eklig. Mit diesem Hund. Was denn das heißt für ein The Ring-Mädchen, ey. Samara, was machst du denn da? Das sind wir, oder? Oh, was? Oh, was? Sind wir jetzt in dem Haus. Was ist mit der Story? Hä? Das hat mich jetzt total überrascht. Andre? Erklären wir die Story. Warum hat der Onkel uns da hingebracht? Und was war jetzt der Brief am Ende? Und was hat es mit dem Portal auf sich gehabt? Ich stehe gerade total auf dem Schlauch, ey. Ach, Shivas Tochter hat gesprochen. Moin. Kennt man ja. Auch Let's Playerin. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Auch wenn es zum Ende hin ein bisschen frustrierend wurde wegen der Hunde. An und für sich aber, wenn man die ganzen Systeme kennt und nutzt, ist es schon nicht allzu schwer. Man hat aber trotzdem seine Probleme damit gehabt. Gerade an den Verfolgungssequenzen und sowas. Die Hunde fand ich jetzt irgendwie... Die haben mich mehr frustriert, als zur Spannung gebracht haben. Gibt es andere Möglichkeiten, definitiv. Aber an und für sich. Nettes Spiel, nette Settings. Auch wenn es teilweise ein bisschen willkürlich wirkte, wie man vorankommt. Eben auf einmal so auf dem Jahrmarkt und dann auf einmal in einem Irrenhaus. Irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig. Was das mit dem Portal genau zu tun hatte. Ob das jetzt irgendwie... Ich dachte eigentlich erst, man ist da irgendwie in so einer Irrenanstalt oder sowas. Nun gut. Story hat mich jetzt ein bisschen überrascht zum Ende hin. So abrupt beendet, ohne es aufzuklären. Wie gesagt. Aber an und für sich netter als Reinward Drive. Bis auf die Hunde. Dafür eben dieses System, dass man stirbt, wenn man sich erschreckt, ist auch weg. Aber ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Danke auf jeden Fall für den Key, fürs Games. Ich freue mich auf euer nächstes Horrorspiel. Ihr nehmt ja, denke ich mal, die ganze Kritik der Leute in den Kommentaren und der Let's Player auch, den ihr gegeben habt, ernst. Und mal gucken, was ihr dann zaubern könnt für uns zum Spielen wieder. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht im Nachhinein betrachtet. Auch wenn ich viel neu starten musste und ein bisschen Trial und Error zumindest für mich dabei war. Es gab zwar natürlich verschickte Hinweise bestimmt irgendwo, die es zu beachten galt. Aber ihr kennt mich ja. Beim Aufnehmen selbst bin ich manchmal ein bisschen zu lustig. Nordic. Gut. Was gibt es noch abschließend zu sagen? Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung auch gespannt in den Kommentaren als Zuschauer. Auch fürs Games gerne, ob ich mich gut eingestellt habe, ob ihr das Let's Play mochtet. Weil man möchte ja trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei sein dürfen, ohne auf die Finger gehauen zu bekommen. Ja, aber dazu hat es mal auch, was ich aus technischer Sicht noch zu beanschatten hatte, letztes Malweise auch immer so ein bisschen geruckelt. Gerade beim Jahrmarkt und so weiter und so fort. Oder draußen hinter dem Jahrmarkt gab es ja diese Szenen, wo man diese Zahnräder finden musste. Da habe ich nicht verstanden, warum. Ich habe alles eigentlich auf Medium gestellt, teilweise sogar auf Low. Ging trotzdem komischerweise ein bisschen ab. Nächstes Mal vielleicht gucken, entweder liegt es an der Engine oder an meiner Leistung, an meinem PC. Ich weiß es nicht, ob es bei anderen genauso läuft. Aber naja. Some Shouts from Fisk Games go out too. An verschiedene Leute, deren Namen mir nicht sagen. Dirk Bürger. Familie? André? Bruder, Vater, Onkel, Schwester? Gut, Dirk namens Schwester. Äh, ne Schwester namens Dirk. Ne Dirk namens Schwester. Haha! Ich bin auch mal wieder darauf, ey. Kaipirinia Games. Oh, jetzt ein Kaipi, ey. Harald Frenkel. Pace. Oh, jetzt kommen die ganzen Marketplay. Jetzt kommen die ganzen Let's Player oder was? Hahaha! Habe ich mich verpasst? Sheevas Tochter. Ellie Grimm. Okay. Ein Sachsen-Let's Player. Alles klar. Metal-Let's Play. Metal-Leute. Hahaha! Dominator LP, der ist zweimal drin. Haha! Ja! Ich bin dabei! Oh! Eltono! Der wächste Fisch in Aqua City. Cupcake-Katze. Es sind voll viele Leute dabei, die ich sogar kenne. Krass. Corrupty. Luna. Funk. Krass. Krass, krass, krass. Wie viele Menschen, ey! Verrückt. Schneckball sogar. Kenne ich auch vom Namen. Kapuze-Wurm kennt man echt viele Leute dabei. Habt ihr den allen Key gegeben? Krass. Der Brugge. Habe ich Pader verpasst? Pader war doch auch dabei, oder? Ach, da geht er noch weiter. Hahaha! Pader! Pader! Du geile Hottie! Jawoll! Und alle, die wir vergessen haben! Alle, die... Oh, ey! Ihr habt ja aber ordentlich einige... Einige rausgehauen, wa? Viele, die den Key bekommen haben. Danke, auf jeden Fall, dass ich ein Teil des Teams sein durfte. Und sogar eine Witwung ab Ende bekommen habe ich... Fühl mich so geehrt! Oh! Jetzt bin ich stolz! Gut, Leute. Das war's dann wohl. Mit Obscuritas. Und mir... Lunetschki. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Vielleicht mache ich das in Obscuritas sogar ein Obscur. Hahaha! Das ist ja auch noch da. Und das fand ich sogar ziemlich geil damals. Ich hab's nur angezuckt. Die ersten... Zwei Stunden oder so. Uah! Puh! Hahaha! Danke für das Jumpscare zum Ende. Ihr Wikes-Gesichter, ey. So, Leute. Dann sehen wir uns. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst noch so gerne sehen wollen würdet als Horrorspiel. Ich hab Obscur zur Auswahl. Ich hab Silent Hill zur Auswahl. Ich hab... Och, boah! Ne Menge langen Projekte auf jeden Fall. Ähm. Aber wie dem auch sei. Ich leg jetzt ein Ei. Auf... Dann auf bald. Auf Wiedersehen. Jussi Kolsky. La 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 la.